1, 2, 1, ok. Jetzt sind wir richtig auf die Beine erst. Genau, schön. Super. Du schaust gerade aus, es ist schwer. Du trainierst brutal. Jetzt machen wir 1, 2 Wiederholungen. Schön, komm. Runter, runter auf dem Oberschenkel. Schön, hängen lassen. Jawohl, auch raus. Mach dich schön breit hoch, komm. Doppelkippen, schön. Höher, Federbogen höher. Genau, schön. Dachposition. Dachposition hoch. Jawohl. Mittelposition. Jawohl. Endposition, die Stelle ganz drauf. Schön. Oberkater mehr zu uns drehen. Genau. Lehn dich richtig drauf. Bauch. Schau gerade. Ja. Ja. Noch eine Netzstelle drauf. Schön. Schön durch. Genau. Bauch. Beine, komm. Schön. Jawohl. Die rechte Hand zieht ein bisschen weiter runter. Das steht nicht schon. Rechts runter. Rechts. Genau. Gerade schauen. Du ziehst einen Nacken. Kopf geht weiter fort. Ja. Blatt drauf. Schön. Beine. Komm. Freibach. Okay. Hoch. Startposition. So. Servus alle miteinander. Ihr seht mich da im Leistungszentrum Augsburg. Ich habe gerade den Bernhard, meinen alten Freund, besucht und wir haben einen netten Workout plus Fotoshooting gemacht. Die Fotografen haben uns gefordert, ja Bernhard. Also das war unglaublich. Ich freue mich jetzt ab. Ja, aber ich habe geschwitzt. Mehr als wie beim Trainieren. Aber was soll's. Es ist es wert. Es ist schön hier in Augsburg zu sein und ich freue mich schon auf die nächste Sequenz. Wirklich ein toller, toller, toller Studio hier. Okay? See ya.